Hallo liebe Leute, hier ist der Michael Seidner, melde mich live aus Baden vom Kurpark. Apropos Kur, ja, nein, ich brauche keine Kur, eigentlich nicht. Also, nach all dem, was ich über Gesundheit lesen, hören, sehen, aber vor allem selbst erlernen durfte und erfahren durfte, ist ein starkes Immunsystem eine gesunde und coole Sache. Sagt schon der Hausverstand. Mein Immunsystem stärke ich nicht nur mental, als Mentaltrainer, oder eckler, nein, ich stärke es durch Spazieren im eiskalten Wasser. Jawohl, also, für alle, die selbst Lust haben, ein gutes Immunsystem aufzubauen, es ist kein Drama. Wie gesagt, man nimmt sich ein Handtuch mit, das habe ich hier mit, und spaziert einige Minuten im Schnee. Wie schön, ja, damit man mich ganz sieht, wir wissen, es ist alles echt. Danach trockne ich mir die kalten, aber super durchbluteten Füßchen ab, ziehe mir meine Happy Socks an, die ich zu Weihnachten bekommen habe, und dann genieße ich die super Durchblutung. Also, am eigenen Balkon ist es noch viel lässiger, wenn es bei rein schneit, dann kann man Kaffee trinken dabei, legt ihr noch ins Bett, natürlich wieder die Schuhe ausziehen. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, viel Freude, viel Gesundheit, gesund werden, und lasst euch auf keinen Fall eurer Freiheit geraden. Alles gut, herrlich. Nein, Untertitelung des ZDF für funk, 2017